Sie hören das Langenmüller Audiobook Rosen für Apoll von Joachim Fernau. Teil 1. Gesprochen von Dieter Mann. Mit dem ersten Kapitel beginnt die Geschichte der Griechen. Sie halten das vielleicht für keine Überraschung, aber es ist eine. Das werden Sie noch merken, wenn Sie etwas für griechische Geschichte nehmen sollen, worin 800 Jahre lang kein einziger Griecher auftritt. Die Griechen stehen noch draußen vor dem Fenster und staunen durch die Scheiben eine Rokoko-Märchenwelt an, ehe sie kurzerhand die Tür eintreten und da sind. Die Sonne, die über dem Ägäischen Meer aufgeht und die Radioantennen auf den Dächern von Athen in Morgenrot taucht, das ist die berühmte Sonne Homers, von der Schiller sagt, siehe, sie lächelt auch uns. Uns, das sind wir, die abendländischen Nachfahren, das trostlose 20. Jahrhundert. Zum Glück liegt Hellers in Schutt und Asche und kein Alkibiades kann den bornierten Wanderern mehr auf dem Töpfermarkt begegnen und sie verwirren. Hier hat das Schicksal ein Meisterwerk christlicher Nächstenliebe geliefert. Mehr als Ruinen hätten wir nicht ertragen. Die bösen Buben, die Griechen, hätten uns noch im Schlaf verfolgt und um unseren Himmel gebracht. Mit Ruinen tut sich's leichter. Ruinen stehen da, sofern nicht Lord Elgin sie gestohlen hat, sind ernst und schweigen. So treten wir dann ziemlich ruhig vor das Angesicht Apolls und legen ihm unser Abiturientenzeugnis als Eintrittskarte zu Füßen. Oh, wir wissen, was sich gehört. Wir wissen, wie man mit Apoll spricht. Wir werfen oben feierlich Zahlen und Daten hinein und erwarten unten den Schlüssel zu Hellers. Er aber will Rosen. Rosen, meine Freunde, Rosen. Denn vergesst die Rosen nicht, wenn ihr den Fuß in eine Zeit setzt, in der die Götter noch verliebt waren und lächeln durften. Was für ein Gedanke unter einem Allmächtigen zu leben, von dem man weiß, dass er lachen und singen kann. Das ist ein wunderbarer, ein herrlich schöner Gedanke, mit keinem Himmelreich zu hoch bezahlt. Wer waren sie, die das zum ersten Mal zu denken wagten? Wer waren die bösen Buben, die himmlischen Sünder, die gigantischen Kinder, die vor dreitausend Jahren auf dem Meer der irdischen Freuden die schwarze Piratenflagge hissten? Die Vorzeit Griechenlands ist, wie die ältesten Epochen aller Völker, in Dunkel gehüllt. Man muss weit zurückgehen, um an die Grenze der Dämmerung zu kommen. 2200 vor Christus. Als wir selbst noch unter germanischen Eichen in tiefem Schlaf lagen, hatte Hellers seinen Vorfrühling. Seine erste Blüte bereits in Kreta. Kreta war die Makaronnesos, die Insel der wunschlos Glücklichen. Über dem Land scheint ein langer, langer Friede gelegen zu haben. Lang, das ist etwa von Barbarossa bis heute. Vielleicht gelingt es ihnen, sich das vorzustellen. Jene Menschen scheinen wirklich die sagenhaften, glücklichen Enkel gewesen zu sein, die immer von Kriegsministern zitiert werden und die man komischerweise nie zu sehen bekommt. In Städten wie Knossos und Phaistos lebten 50.000 und 60.000 Menschen. Ein Gewirr, ein wogendes Auf und Ab von Dächern um die Fürstenpaläste, dicht an dicht, ohne Distanz. So wie es die Erscheinung jeder Spätzeit ist. Ein Wirrwarr von Häusern und Gassen, ein Gewimmel von Menschen und Verkehr, sorglos vor jedem Zugriff. Forscher haben Knossos ausgegraben. In unerhörter Pracht muss sich einst der Palast am Hang des Hügels erhoben haben. Ein riesenhafter Taj Mahal, ein Traum aus Marmor, Gold und Alabaster, ein sonnendurchflutetes Labyrinth von Hallen, Sälen, Zimmern und Lichtschächten, voll von Fresken, Plastiken, filigranen Möbeln, Faianzen, Bronzen, Gefäßen aus Ton, Schalen und Tassen von der Zerbrechlichkeit chinesischen Porzellans. Voll von kostbarem Schmuck und Stoffen, Parfümen und Badewässern in den Boudoirs und in den Speichern und Kellern voll von tönenden Getreidefässern und bauchigen, zwei Meter hohen Öl- und Weinkrügen. Nirgends Kanonen. Eine Rokoko-Welt.